Da bin ich wieder, euer Sly. Was soll ich sagen? Spiels großartig. Ihr habt da wirklich Spaß dran. Wir klettern hoch. Sehr nice. Missing. Okay. Okay. Oh Miss Fortune you made it congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great because I'm not allowed to be outside this late you know. Don't worry it's not far from here. Great. Wir haben hier so ein Missing. Das sind glaube ich wir. Das sieht sehr stark nach uns aus. Hatte der Typ gerade eine Maske auf? Okay. Der Typ der hier gerade vorbeifährt hat eine Maske auf. Okay. Das ist alles Geister? Irgendwas ist komisch. Ja. Smells like bull crap. Miss Fortune. Watch your language. Okay. The word needs a plan. Consum. No. Cousinco. A unicycle. Get out. Very clever. Miss Fortune. Thank you. Phantasmagoria. Phantasmagoria. Ein Horrorfilm. Phantasmagoria. Phantasmagoria. Phantasmagoria ist coming to Openfield? Das ist so großartig. Vielleicht können wir Zeit finden, um es später zu schauen. Wer weiß. Right. Jetzt spielst du nicht mit meinen Gefühlen. Jetzt spielst du nicht mit meinen Gefühlen. Wir fokussieren. Wir fokussieren auf die eterliche Glückheit. Dann sehen wir. Okay. Ich kann nicht warten. Ist das wirklich Frankenstein treffen Vampir? Ich frag für einen Freund. Fun. Maybe we could find time. Right. Don't play with my. Let's focus on. Alright. Ich hatte das schon. Danke. Okay. Look. It's Benjamin. From the Hoots in the Wood. You know. If you ever want to hang out or something. I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you. Foxes are dangerous. Let me handle this. Benji. Are you a wild dangerous fox? Oh yeah. No Benji. Don't go. Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. I don't want anything bad happening to you. Alright. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh I didn't mean it like that. The bad look from here. Shouldn't we focus on finding the prize? I'm focused. I'm focused. I'm focused here. Okay. Okay. Sie hat vorhin gesagt, sie hat ja Hiro, glaube ich. Den japanischen Freund. Der trägt eine Maske, weil er tot ist. Bedeutet das, dass jetzt alles um mich herum auch tot ist? Und ich bin schon tot? Hä? Okay. Wilde Spekulationen hier. Anschlagtafel. Anschlagtafel. Wahrscheinlich rät hier Diamante in Moskau. Can we go into the park? Yes. Okay. Okay. Slow down you fuck. Miss Fortune. Slow down you fuck. App. App. Großartig. Okay. Auf zu pack. Das war ein Hund im Auto. Oh. Das ist wirklich süß von dir. Danke. Would you like to try my Sparkle? Das ist nicht notwendig. Ha. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Boys. Oh. Well. Danke. Anyway. Let's go find the prize and make mommy proud. Yes. Wie die ganzen Vögel da vom Himmel fallen, ey. Aber ja, okay. Guck mal. Erinnert euch noch, dass der am Anfang das Vieh auch irgendwie Hörner hatte? Martha. Warte. Warte. In der. Warte. Ich kann jetzt mehr anfangen. Ja, machen wir. Ja. Listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look. A drawing of a cat. Come on, Miss Fortune. Let's go. Alright. Auffat. He 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 he. Ehhhhhh. Nicht die Raben füttern? Fütter die Falken nicht. Warte da die. A Ha. Fütter die, ok. He 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 he. Look at the Seagull. It looks like Kevin's dad. Who's dad? He used to sit in the sandbox next to the skull. He didn't have any clothes on, and the police officer beat him with a stick. Fascinating. Remember that fish you picked up earlier? You mean Rodrigo, my fish friend forever? You should give it to the seagull. I'm sure it would appreciate some company. Hmm, I guess that maybe that would be a fair thing to maybe do, I guess. Yeah, we'll be right in the fish. Exactly. I have to go back to the chat. The chat said I could click the Mülleimer. Damn, can I really? Don't feed the birds? Ah. Okay, good that I didn't feed the birds. Yeah. I don't feed the birds. Yes, I would like to ride the horse. The horse of the park. Yes, I would like to ride the horse. Royal horse, you say? I'm a little princess, you know. Look at me. I'm on the horse. Ay, horsey. Stop it. Oh. 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 That was unfortunate. Are you alright? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So, you know what I mean. She lacht trotzdem. Oh. Okay. Check out that duck. Let's just go, Miss Fortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Ducks are pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for real. Would you like to show me some of your dance moves? Yeah, please. We'll let the end dance. Let the end dance. Nah. I haven't practiced for a while. I leave it to the pros. Oh, cute. Cool dancing. Oh. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh. If you say so. Okay. Interessante Ende. Witz. Witz. Wieso auch auf Trick kommende End? Egal. Ich mag das Spiel. Das ist cool, genau. Aber wir können Spir nehmen. Ja klar. Das soll schon passieren, außer dass ich mir den Hals breche. witzig. Ich hab' einen Ruhig. Witzig. 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 Oper Tinder Okay, hier, das sind die Öffnungszeiten von Tinder, Leute Open Tier Open Tier Öffnungszeiten wahrscheinlich Montags bis Freitags Samstag, Sonnag Sonntag Denkt Geschlossen So ist das, lieber Chat Darf ein paar Dinge mehr Ah, I can almost feel the eternal happiness Good The last challenge awaits at the Pet Sematary A Pet Sematary? That sounds like the best place to end the game Nein Das ist kein guter Ort, um mein Spiel zu beenden Aber jubel Oh Gott, diese Szenen So, I was thinking While we're walking Mind if I ask you a couple of questions Sure I'm pretty good at answering questions Great Just answer as honestly as you can Alright First question Have you ever stolen anything? So, jetzt geht ja die Sache Sprechen wir für uns oder Miss Fortune? Miss Fortune hat bestimmt noch nie etwas gestohlen Das ist ein Liebesmädchen Sie wird glücklich, ja? Yes I mean Nothing bad is happening right now That makes me happy Well then The last question Do you feel loved? Ah Fühlt sie sich geliebt? Sie glaubt, sie wird geliebt Aber fühlt sie sich Kann sie das identifizieren? Ich meine, sie ist smart Aber sie würde wahrscheinlich ja antworten I'm pretty sure mommy loves me Because she has to love me Thank you For your honesty You're welcome Look, we arrived at the pet cemetery Oh Hamar Hamar Oh, come on Hier die Katzen drauf Das ist doch definitiv Hiro, oder? Das sieht nach Hiro aus Mit der Maske Asiate Oh Shake this out More kids are missing If I go missing How will I tell mommy? You won't go missing We'll go back home Right? After we find the prize Ah, okay Nice Oh, shake this out If I go missing You won't go Ah, okay Nice Schließen wir das Ganze Es sind zwei Kinder schon Das ist richtig Wir sollten Glitzer drauf schauen Gute Idee Ready to find the prize of Yes, where is it? I have hidden it In one of the graves I have to dig in a grave? Which one? I'll give you a hint It's where the goldfish is buried The goldfish Alright Must I dig with my tiny hands? Yikes forever? No Use the shovel What shovel? This shovel Und zack Haben wir eine Schaufel Sag mal Ist die Stimme Der 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 Gehörnte Typ Aus der anderen Ebene Und immer wenn wir Also das ist jetzt meine Vermutung Immer wenn wir ja So einen Schnitt aus der anderen Dimension hatten Aber das kam jetzt auch aus der anderen Dimension Ist dieser gehörnte Typ der Sprecher? Und ja hier Wie schon eben im Chat erwähnt Ganz smart Die Entwickler bauen immer wieder ihr Logo irgendwo ein Haben wir hier und vorhin bei Bei unserem Garten Da war ein T-Shirt auf der Wäscheleine glaube ich Wo das drauf war Ja gut Jetzt machen wir uns auch noch strafbar Indem wir Gräber ausgraben Wer von euch ist der Goldfisch? Der erste Mops Ok Krasser Mops Sicker Mops Hmm Stephanie Quinn Writer of the erotik novel Confessions of a Cat Hmm Erotik novel Talk about crazy Cool dass du das sag Er mobst Ja Na This is obviously a cat It says Paul died doing what he loved It's him poo Eww Yikes forever Na I don't think so Oh man Was sind das für Gräber? Ok Let's see Roger the Magpie Never saw that window coming Ha I don't get it Klunk I don't think so I'll keep looking Ob das der Goldfisch vom hängten Typen war? Keine Ahnung Gute Frage Binden wir raus In der nächsten Folge Macht's gut Euer Slide Ciao Binden wir raus Binden wir raus Binden wir raus Binden wir raus Binden wir raus